Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics. Ja, ich bin wieder da und ich habe wieder was mitgebracht, eine weitere Farm. Und zwar diesmal eine Getreidefarm, also eine Farm für Karotten, Kartoffeln, Weizen und Rotbeete. Und ihr seht, die ist recht groß. Es liegt aber nicht daran, dass die Technik kompliziert ist. Es gibt nämlich eigentlich nur noch diese Schiene und diesen kleinen Entlader hier. Der Rest ist eigentlich komplett Farmland und ein kleiner Dorfbewohner kümmert sich hier schön um die Pflanzen. Und ja, Leute, wie man es baut, zeige ich euch nach dem Intro. Hier haben wir die Farm. Sie ist wirklich sehr einfach gehalten. Wir haben hier in der Mitte Wasser, wo eine Laterne drüber ist, damit hier auch keine Monsters bauen. Und die kann halt das ganze Feld hier mit Wasser versorgen. Das heißt, wir haben sehr viel Fläche. Und was noch dazu kommt, dieser eine Dorfbewohner kann sich um über vier von diesen Feldern kümmern. Das heißt, ihr könnt das hier einfach viermal in so einem Quadrat ansetzen. Und dieser eine Dorfbewohner kann sich alleine darum kümmern. Das ist natürlich sehr schön, wodurch wir noch mehr Produkte von ihm bekommen können. Und hier unten haben wir ein kleines Hopper-Minecard, was dann die Sachen einsammelt. Und wir können mal gucken. Zwölf, zwölf Karotten sind da schon drin. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, in zehn Minuten, zwanzig laufen lassen. Und dann hat er schon eine ganze Menge gesammelt. Er musste ja auch vorher alles anpflanzen und so. Aber auf jeden Fall mache ich das hier mal kurz weg. Und wir gucken mal, was wir alles für diese Farm brauchen. Also erstmal ein Redstone, eine Fackel, ein Vergleicher, neun Redstone-Blöcke, 64 und drei Schienen, 14 Antriebsschienen, eine Trichterlore, ein Trichter, eine Truhe, 64 und 16 mal Ackerland oder eben Gras oder Erde, die ihr dann beflügen könnt, ein Wassereimer, ein Kompostierer, ein kurzzeitiges rotes Bett, das werden wir danach wieder abbauen, eine ganze Menge Quarzblöcke, fast zwei Stacks, eine Stufe und zur Dekoration vielleicht ein bisschen Glas, also 64 und 8 Glas und fünf Leuchtmittel, damit da halt keine Monster drin spawnen. So, dann kann ich das hier eigentlich weglegen. Ich brauche nämlich die Blöcke. Und wir müssen erstmal eigentlich eine Basis schaffen. Man kann das weglassen und auch in den Boden reinbauen. Aber das hier will ich ja ungern im Void hier unten hinbauen. Deshalb habe ich das alles einmal erhöht. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Ihr seht, das ist hier recht einfach gehalten. Wir haben hier eine Plattform, neun mal vier. Dann hier eine Linie und wieder eine Plattform. Und genau das bauen wir hier. Also, hier eins rein, vier breit und neun lang. Das ist halt genau ein Abstand. Also, ein Block bleibt als Rand über. Dann füllen wir das einfach mal aus. Wie gesagt, ihr könnt einfach ein kleines Loch an den Boden machen. Das reicht auch komplett aus. So, dann haben wir die Blöcke schon. Dann kommen überall Redstone-Blöcke ran. Und nochmal hier eins, zwei, drei, vier Blöcke so ran. Also wieder genau dasselbe. Aber diesmal kommt noch eine kleine Sache dazu. Nämlich, lassen wir hier diesen letzten Block frei. und packen hier erstmal daneben eine Kiste hin. Und dann ein Trichter. Auf den Trichter kommt eine Antriebsschiene. Und jetzt kommt der Entlader. Das ist wirklich winzig klein. Wie ihr sehen könnt, das sind nur zweimal zwei mal zwei Blöcke. Das heißt, hier kommt ein Komparator hin. Ein glatter Quarzblock. Eine Fackel. Noch ein Block. Oben drauf. Und daneben ein Redstone. So, jetzt fehlt hier noch ein Block. Und jetzt seht ihr, die Schiene wird aktiviert. Und sobald jetzt ein Hopper-Minecard drauf fährt, was Items drin hat, dann wird der Komparator aktiviert. Der Komparator deaktiviert dann hier die Fackel. Das deaktiviert hier das Redstone. Und deaktiviert die Schiene. Dadurch bleibt das Hopper-Minecard so lange stehen, bis es komplett leer ist und bis der Trichter leer ist. Dann landet alles hier in dieser Truhe drin. Gut, dann bauen wir erstmal drei Schienen hin. Und bauen dann hier so einen großen Kreis. Oh, Moment. Am besten erstmal hier die Antriebsschienen hinsetzen. Dann wieder so verbinden. Dann machen wir so eine große Schnecke einmal außenrum. So, so. Und das geht den ganzen Weg hier rüber und wieder zurück. So, jetzt kommt hier eine Besonderheit. Ich mache nämlich hier die Antriebsschienen komplett fertig. Weil wenn das hier normale Schienen wären, dann würde die Trichter-Lore einfach stehen bleiben und nicht mehr zurückfahren. Natürlich könnt ihr einfach hier unten noch einen Redzone-Block hinmachen oder auch hier eine Redzone-Facke hinsetzen. Dann könnt ihr auch diese hier einsparen. Aber ich mache es einfach so. So klappt es auf jeden Fall und ich finde es gut. Dann können wir mal die Trichter-Lore hier hinpacken. Und ihr seht, sie fährt fleißig hin und her. Dann können wir das auch schon mal wegpacken. Das brauchen wir auch nicht mehr. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir das Farmland, Wasser, den Kompostierer, das Bett, die Stufe, Glas und die Lampen. So, ich mache mal die Trichter-Lore nochmal. Komm schon, ganz kurz weg. Die stört nämlich ein bisschen. So, dann gehen wir genau in die Mitte und die ist hier und setzen da die Stufe drauf. Drumherum am besten Wasser setzen, äh, am besten Farmland oder Erde setzen und Wasser reinmachen. So können wir verhindern, dass das Wasser ausläuft und die ganzen Schienen kaputt macht. Das wollen wir ja natürlich nicht. Und jetzt packen wir auf jede einzelne Schiene einen Erdblock oder halt eben Farmland drauf. Das dauert ein bisschen. Übrigens, Leute, wenn ihr irgendwelche Ideen habt für Redstone Mechanics, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Dann kann ich mir überlegen, ob ich daraus was machen kann oder eben nicht. Und hier haben wir es. Unser Farmland ist fertig und ihr seht, die Felder werden nach und nach dunkler. Das heißt, sie werden bewässert. Und wenn wir jetzt, äh, hier schon einen Dorfbewohner draufpacken, dann macht er noch nicht viel. Brauchen wir nämlich hier noch einen Kompostierer. Oder, äh, ich hab's andersrum gemacht. Ich hab unten die Seedlaternen gemacht und oben den Kompostierer. Und jetzt könnte man einfach einen Dorfbewohner draufpacken und der würde auch schon anfangen. Aber ich würde gerne eine, eine Wand bauen. So kann man das vielleicht in eine Fabrikhalle reinstellen oder so. Wenn man eine Fabrikhalle macht oder so, dann kann man das ganz leicht machen. Ich mach's jetzt einfach mal. Also außenrum mach ich erstmal einen Rand. So, dann haben wir den Rand. Jetzt brauchen wir noch ein paar Lampen. Müsst halt nicht unbedingt See-Laternen nehmen, aber ich bin der Meinung, dass See-Laternen die, äh, schönsten Lichtquellen von allen sind. Ich meine, schaut sie euch an. Weiß und ein bisschen grün. Nicht so, äh, merkwürdig wie, wie, äh, hier diese Pilzlichter oder Glowstone. Dann kommt noch Glas dazu. Ihr müsst natürlich kein Glas nehmen. Ihr könnt's auch zubauen. Ihr könnt's auch weglassen, wie gesagt. Äh, ich baue einfach Glas hin, damit man den Dorfbewohnern zusehen kann. So, da haben wir den Glaskäfig auch schon fertig. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein Dorfbewohner. Dazu mach ich das hier erstmal weg. das brauchen wir noch. Und zwar, äh, wir brauchen doch noch, doch noch ein bisschen Glas. Nur um den mal kurz einzusperren. Wir nehmen uns jetzt einen Dorfbewohner. Und dann, äh, schnappt ihr euch das, was ihr anbauen wollt. Ich hatte eben schon Karotten. Jetzt nehme ich einfach mal Kartoffeln. Äh, ihr könnt auch, ihr könnt ganz wenig nehmen, aber ich empfehle euch vielleicht so zwei Stacks zu nehmen. Ihr könnt natürlich auch vier nehmen oder so, aber ich nehme jetzt einfach mal zwei Stacks. Also, das solltet ihr auf jeden Fall schon haben, bevor ihr diese Farm baut. Jetzt bauen wir hier einen kleinen Käfig, wo wir den Dorfbewohner erstmal einsperren. Und ihr seht, der, der reagiert noch nicht da drauf. Deshalb brauchen wir jetzt ein Bett. Und, komm schon. Es dauert manchmal ein bisschen. Jetzt, jetzt hat er, äh, jetzt ist er zum Dorfbewohner geworden. Also zum Farmer. Jetzt können wir ihm auch die Kartoffeln geben und er sammelt die auch gleich auf. Da und da. Ja, er hat sie aufgesammelt. Jetzt können wir ihn freilassen. Los, geh. Jetzt fängt er an. Sehr schön. Können wir hinter ihm wieder zumachen und das hier wieder abbauen. Und jetzt beginnt er fröhlich mit der Arbeit. Und irgendwann, wenn alles voll ist und er vier Stacks Kartoffeln in seinem Inventar hat, dann fängt die Lore hier an. Oh, die Lore. Ganz vergessen, die Lore muss ich natürlich auch noch einsetzen. Da. Dann fängt die Lore an, Items aufzusammeln. Warum vier Stacks, fragt ihr euch vielleicht. Ähm, das liegt daran, äh, Dorfbewohner haben acht Stacks an, äh, acht Slots an Items, die sie tragen können. Und von einer Sache können sie jeweils nur vier Stacks haben. Das verhindert, dass sie von einem zu viel und von anderen zu wenig haben. Das heißt, sie können nicht einfach acht Stacks Kartoffeln haben und kein bisschen Karotten, kein bisschen Kartoffeln. Äh, das verhindert halt, dass sie auch Hunger und anderen Dorfbewohnern nichts mehr geben können. Deshalb haben sie so eine, so ein Maximum von vier Stacks. und jetzt macht er sich schön an die Arbeit. Er guckt mich so komisch an. Er lässt mich in Ruhe. So, jetzt ist das ganze Feld auch schon fertig. Jetzt können wir mal ganz kurz, ganz kurz ein bisschen schießen in den Einstellungen. und zwar machen wir hier mal die Tickgeschwindigkeit auf 10, damit das ein bisschen schneller wächst. Ja, ihr seht, dass man kann den Pflanzen beim Wachsen zuschauen. Es wachsen immer mehr Pflanzen, immer mehr Felder werden auch bewässert. Hier drüben sind auch schon einige Karotten reif. Moment, hier sind schon 13 Karotten. Ja, hier dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Kommt schon, ich will eine angepflanzte Kartoffel sehen. Da, nimm die da. Ja, sehr schön. Gut gemacht, Dorfbewohner. Also, die Farm funktioniert, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like, dann ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.